Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Jukus Ascent Express Ich habe mich etwas beruhigt, was mich aber trotzdem ein bisschen noch sauer macht, ist, dass bei meinem Handyspiel keine Werbung funktioniert. Also ich kann keine Werbung darüber schauen, was halt den Wert verdoppeln würde oder sonstige Sachen machen würde. Und das finde ich ein wenig gelinde gesagt blöd, weil ich, ja sagen wir mal, ganz klein wenig darauf angewiesen bin. Weil ich habe 80 Durchläufe damals da in dem Spiel gehabt, durch irgendeinen komischen Reset, der da stattfand. Ah, verdammt. Ähm, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen. Oder musste ich gezwungenermaßen von vorne anfangen. Und, ja, bin jetzt gerade dabei, quasi den 20. oder 21. Durchlauf hinter mir zu haben. 3 Und da habt ihr gesehen, was ich versuche. Ich versuche nämlich, da einfach so hinzukommen. Okay. 1 Obwohl, das sollte auch reichen. 2 3 Oh, 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 viel zu weit, viel zu weit. 3 Blöd gelaufen. Aber ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Also ich will halt über die Pflanzen dahin. Aber, ich bin ein wenig ungeduldig geworden mittlerweile. Wird man aber verstehen, bei 100%. Ah, komm schon. Okay, wir schaffen das. Keine Sorge. Er ist ja nur die letzte Fackel. Das ist nicht dein Ernst. Dass die Blume auch einfach nicht, äh, realisiert hat, oh, okay, äh, ich kann ja mal ransaugen. Ja, aber die war viel zu weit weg. 3 Ja, da auch schon wieder. Es ist Mann 3 3 3 3 1 2 3 Und zurück. Ah, 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 ah. Leute, das ist doch nicht wahr. 3 1 2 3 Na also 2 3 Na also Na also Wir haben's Wir haben's Wir haben's geschafft. Okay. Das letzte Ziel zu den Hauptdingen zu. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Und was passiert ist? Okay. Äh. Daher ich hier noch ein Maikäferding habe. Alter. Geht doch. So. So. Das ist ein W-W-W-A-T-V-E-H-I-N-D. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach so aktiviere ich den, genau Das war ja auch noch so eine ekelhafte Sache Aber wenn ich schnell genug das alles abhake Okay Ja also Okay Ist hier noch einer? Ne, grandioserweise nicht Gut, man sieht die ja doch recht eindeutig Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher Doch im Turm ist auch noch einer Das heißt ich hier nochmal rüber Zum Turm Okay und dann sollte ich aber auch Bald mal wieder dahin Wo das Ei ja jetzt erleuchtet ist Da müsste dann ja dementsprechend auch was angezeigt werden So Ja, hier ist auch einer Gut, das wird jetzt wieder Ja, da würde ich richtig gute Laune haben Huh Ich bin hier 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 Ah, scheinbar ist das schön. Ich bin gerade ruhig, ich weiß, aber ihr seht ja auch warum. Okay, das ging auch relativ leicht. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Und das ist leichter gesagt als getan. Okay. 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 Das ist nicht wahr, ey. Okay. 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 Tschüss. Okay. 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 diese Na, sag mal schnell. Ich komme jetzt nicht drauf, wie der Begriff heißt. Skarabin. Jetzt habe ich wieder. Skarabin. Und dann sollte das Spiel aber auch wirklich final zu Ende sein. Außer es kommt noch irgendwas, was ich nicht weiß. Oder ich löse es jetzt schon durch Zufall. Das wäre natürlich optimal. So, ich will mir zumindest angucken, was jetzt da beim Ei so abgeht. Die müssen jetzt total die Party feiern, weil das leuchtet. Schnellster Weg. Uralte Geburtsgrun-gründe. Und ich drücke Enter. Das Leben kehrt zurück. Was? Ende. Errungenschaft freigeschaltet. Ende. Oh, krasse Sache. Sieht das genial aus, das Viech. Jahrhunderten lang warte ich und träumte nur von der Außenwelt. Mit meiner Geburt wird der Zyklus der Insel Ältesten wieder beginnen. Und während ich meine Flügel spreize und über den Ozean fliege, werden sich neue Inseln aus den Fluten erheben. Juku, komm mit auf meine Reise. Du hast es dir verdient. Äh. Äh. So war das jetzt nicht geplant? Hallo? Ich bin doch kein... Na, schöne Scheiße. Hm. Ich hoffe einfach, dass wir gleich einfach wieder hier landen. Meine Güte. Gut. Selbst wenn nicht, dann wäre es auch nicht so schlimm. Aber das hat sich doch gelohnt. Kandoserweise, äh, würde ich sagen, kommen wir nicht so gut aus. Nein, okay. Okay, äh, wir haben die Credits. Willa Gorilla, A Game Buy, Jens Andressen, Madison Sniick, Linus Larsson, Art, also Kunst, oder gemalt, Madison Sniick, und Johanna Stelberg, Level Design, Linus Lessen, Programming, Jens Andressen und Markus Fröndissen, Animationen, Jona Stelberg, Very Special Thanks, Around for Housing, aber, mhm, mhm, Special Thanks, Rob Thielen, boah, Entschuldigung, die ganzen Namen selber lesen, nehme ich mich schon aufschnell. Submission Audio, Audio Direction, Sound Design, Tom Biebel, Music Reproduction, bei Jesse Harlin, Edit Mixing, Ronan Chris Murphy, Mastery, äh, bei, ja, Entschuldigung, also bitte alles, was er jetzt durchrattert, was ich nicht so schnell mitkriege, bitte selber lesen, danke. Äh, Mann, Vocals, äh, ja. Special Thanks, Amanda Emmett und Owen Harling, Francis Del Pia, Team 17, Producer, Holly Emery, Assistant Producer, Daniel Stacy, Lead QA, Jade Holt, Chris Chester, QA Analyst, Jack Stephenson, Steven Mack, Steer, Trudor, boah, verdammt, manche Namen sind so gut wie gar nicht lesbar für mich, Entschuldigung an der Stelle, Q&A Compilation Analyst, James Horlum, Max Leileman, Release Manager, Adam Rayleigh, Intro Video Animation, Andre Morrison, äh, Morris, Entschuldigung, Archivement, Truthin Design, Jade Holt, Toddy Wallen, Steve Mack, Steer, Usable Analyst, QA Manager, Assistant QA Manager und so weiter. Aber da seht ihr, selbst in so einem kleinen Projekt können doch relativ viele Leute mitarbeiten und da sieht man mal wieder, wie viele man braucht quasi. Theoretisch. Die, die, äh, Entschuldigung, Comercial and Marketing Teams, Debbie, Bestwick, Paul Prey, Holly, Homeward, Adew, Matt, Entschuldigung, Entschuldigung, ich komme nicht mehr mit, ich komme nicht mehr mit, es ist zu viel, es ist einfach zu viel. Powered by, Weebies, Powered by Weebies, 2006 bis 2018, Audio Can, Netic Inc, All Right Reserved, Indie Font, Copyright, 2010, mhm, ja. Und da seht ihr wieder, Thanks for playing, gar nicht dafür, bedankt euch nicht bei den Spielern, wir müssen uns immer bei euch Entwicklern bedanken. Also ich muss mich nachher bei mir selber bedanken, wenn ich meine Spiele fertig habe. Oh mein Gott. Naja, okay. Grandios. Können wir noch wieder rein? Ich lade gerade. So in der Hoffnung, dass einfach, ah okay, dann komme ich hier raus. Und lass mich raten, wir können, ich gucke mal ganz kurz nach. Das interessiert mich jetzt, ob wir jetzt einfach jedes Mal aufs Neue wieder den da auslösen können. was wahrscheinlich sein wird, weil er ist ja kein offizieller Speicherpunkt oder sowas. Ja, er ist wieder einfach hier. Okay. Grandios. Ähm. Ich sehe, dass über mir ein Käfer, ein Scarabius Käfer wartet. Den mache ich doch dann noch ganz gerne. Und dann kümmere ich aber mich wirklich darum, den Part, oh, sogar zwei. Das machen wir gefallen. Huch, hier wollte ich doch gar nicht hin. Das machen wir dann. okay das ist ein bisschen gescheedet aber hey dafür kann ich ja nicht okay und hier ist das ding was relevant ist das ist ja das ist ja gemein okay es geht einfach nur um diese leuchtenden kugeln da schüssen was hey hey auch nicht daran okay 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 das war zu früh jetzt war und perfekt okay grandios ist hier noch irgendwo ein käfer in der unmittelbaren nähe da oben links ja dann macht es sinn warte wie komme ich da am besten hin ja doch nein oder doch war schon richtig ich so ja ist immer so schön wenn man sich gleich darum kümmert hat man das problem nicht naja aber denk erstmal da dran war das hier oder was jetzt bin ich realitiert warte mal warte mal sehe ich den jetzt nicht oder bin ich blöd warte mal sehe ich den jetzt nicht oder bin ich blöd okay eben bin ich noch der meinung gewesen da ich einen gesehen hatte bitteschön aber das ist doch nur die scheiben okay aber ich weiß wo ich einen finde dann mache ich das so das das wo Weil wir haben ja hier oben im Eisbereich, Moment, hier oben haben wir definitiv noch einen. Das heißt, kurz vor Endstationen müssen wir hin. Ach ja, und natürlich muss es doch mal ruckeln, ne? Wir kennen es ja. Okay. Nee, nicht dein Ernst jetzt. Ey, ich kriege eine richtig harte Krise, das ist nämlich das Problem. Ah, ich raste noch richtig aus. Also Spaß ist das jetzt schon lang, keiner mehr. Danke. Ja, blaue Linie. Das ist nämlich wirklich nur noch drastisches, einfach nur noch sauer sein. Konsequent sogar, ganz konsequent. Grandios, aber wir haben wirklich diese Errungenschaft, die ich nicht wusste, was es ist, einfach gekriegt durch Zufall. Weil es einfach, ja, das Ziel des Spiels ist, in Endeffekt. Das eigentliche Ziel, weil sonst würde ja nicht Ende dran stehen. So. Aber ich würde sagen, daher es ja jetzt eh sich wieder einfriert, würde ich sagen, mache hier an der Stelle wieder einen Cut. Und würde sagen, es geht im nächsten Part dann weiter. Von daher, ein großartiges, fettes Dankeschön von meiner Seite, dass ihr dranbleibt. Und ansonsten natürlich viel Spaß mit den weiteren Parts. Ähm, ich werde zusehen, dass ich zur nächsten Aufnahme etwas mehr gute Laune mitbringe. Aber ich bin auch etwas, ja, unter Zeitdruck. Weil ich muss jetzt noch gleich das Video schneiden, rendern zu der PC, ja. Ähm, dann noch die Thumbnails fertig schustern. Dann schon mal das nächste Spiel raussuchen, weil nach Jukos Eastern Express kann ich ja schlecht irgendwas machen, wenn ich nicht weiß, was ich da mache. Und dann natürlich dafür die Beschreibung nochmal fertig schustern, ne. So, wie dem auch sei, ich würde sagen, wie gesagt, ich kümmere mich jetzt darum, dass das jetzt wieder weiterläuft. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Slaus, haut rein und ciao!